Wegen Wartungsarbeiten Facebook und Instagram weltweit down 26. August 2017-16.57 Facebook-Nutzer auf der ganzen Welt haben am Samstag Probleme bei der Nutzung gemeldet. Das soziale Netzwerk, täglich 1,32 Milliarden Nutzer, soll großflächig ausgefallen sein. Aus zahlreichen Ländern meldeten Nutzer etwa über den Kurznachrichtendienst Twitter, dass sie sich nicht bei Facebook einloggen konnten. Deutsche Nutzer erhielten nach längerer Wartung